Nix. Das geht jetzt schon wie lang, wenn nicht noch länger? Mit Abstand. Der ganze noch mit bis oben nix. Männer, die auf Bälle starren und kriminelle Sportgymnastik ist das. Zum Glück kann ich hier vom Fernseher direkt nach ins Bett gucken. Tote Cristiano Ronaldinho. Eiweinfrei. Scheide Seidl sitzt. Ich glaub mal sechs Mannschaften mit Schildkröten ohne Funktion. Ich bin komplett... Da nützt auch meine ganzen Wortspiele nix. Almo gerade schlecht. Nochmal eins. Die saug ich mir aus dem Ding raus. Du? Okay. Ja, aber achtet wie noch alles immer, ne? Ja. 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 Ja.